ich begrüße euch zu einer neuen folge von reise ohne wiederkehr die folge heute ist eine mini episode weil ich für den nächsten fall einfach ein bisschen länger zeit brauche bitte lest dazu den angepinnten kommentar denn ich will an dieser stelle gar nicht erst weiter ausschweifen die mini episode beschäftigt sich aufgrund der aktuellen ereignisse mit dem vorfall der sich letzte woche bei schloss neuschwanstein zugetragen hat ich bin eigentlich davon ausgegangen dass alle darüber bescheid wüssten weil es ja für weltweite schlagzeilen gesorgt hat aber als ich meine kollegen und ein paar freunde gefragt habe ob sie von dem vorfall wüssten haben alle mit nein geantwortet weswegen ich mich dazu entschieden habe eine mini episode darüber zu machen und alle informationen die es bisher gibt zusammen zu tragen die polizei bittet außerdem immer noch um mithilfe und sucht nach menschen die fotos und videoaufnahmen gemacht haben im tatrelevanten zeitraum doch dazu am ende mehr doch worum geht es eigentlich kurzfassung es geht um drei us amerikanische touristen zwei frauen und einen mann die alle am mittwoch den 14 juni schloss neuschwanstein besucht haben die beiden frauen sind beste freundinnen und sind auf den wanderpfaden rund um das schloss unterwegs als sie auf den 30 jährigen mann treffen er will ihnen einen tollen geheimeren aussichtspunkt zeigen wo er dann beide die pelacht schlucht hinunter gestürzt haben soll und sie 50 meter tief gefallen sind die eine der freundinnen überlebt den sturz aber die jüngere stirbt später im krankenhaus an ihren schweren verletzungen dies ist die geschichte von eva liu wird ursprünglich in ontario kanada geboren wächst aber in naperville im bundesstaat illinois auf ihre beste freundin kelsey stammt aus bloomington in illinois beide schließen die highschool im jahr 2019 ab und wechseln danach an die university of illinois at urbana champagne um zu studieren diese universität liegt nordöstlich von der bundeshauptstadt springfield im mai 2023 also erst vor einem monat schließen beide dann ihr studium ab die 21 jährige eva in computerwissenschaften und die 22 jährige kelsey in computertechnik eva postet ganz stolz auf ihrem linkedin profil zitat ich freue mich sehr mein abschluss an der university of illinois urbana champagne mit einem bachelor of science in computerwissenschaften und einem master of computer science bekannt geben zu können zitat ende eva hat außerdem während ihres studiums nämlich im jahr 2022 vier monate bei microsoft gearbeitet und konnte dadurch einen job beim software giganten ergattern den sie demnächst antreten wird bevor beide in den berufsalltag einsteigen können sie sich eine kurze und wohlverdiente auszeit und machen einen langersehenden europa urlaub wann dieser beginnt und wie lange er insgesamt gehen soll ist gegenwärtig nicht bekannt aber fakt ist sie wollen unbedingt das cinderella schloss einmal live in farbe sehen mit cinderella schloss ist natürlich schloss neuschwanstein gemeint das dem disney schloss als vorlage gedient haben soll diese idee das schloss zu besuchen haben nicht nur iva und kelsey sondern auch ganz viele andere touristen denn schloss neuschwanstein hat pro tag circa 6000 besucher und aufs jahr gerechnet insgesamt 1,4 millionen iva und kelsey kommen am dienstag den 13 juni in münchen an und wollen bis freitag den 16 bleiben sie haben ein zimmer im erdgeschoss im hotel seibel gebucht dieses hotel liegt mitten im zentrum von münchen direkt an der teresienwiese direkt am nächsten tag mittwoch der 14 juni machen sich beide dann auch schon auf den weg zu schloss neuschwanstein laut medienberichten sind beide mit dem bus dahin gefahren und ich habe mal im internet geguckt welche anbieter von münchen nach hohen schwangau fahren und eigentlich gibt es da nur einen großen anbieter den wir alle kennen den werde ich jetzt nicht nennen weil ich keine werbung machen will und da fährt der erste 8.30 und dauert zweieinhalb stunden und der nächste fährt erst 12 uhr bedeutet wenn sie nicht mit einem privaten reiseveranstalter gefahren sind dann haben sie wahrscheinlich den 8.30 bus genommen denn der 12 uhr bus wäre erst nach der tatzeit in hohen schwangau angekommen außerdem gibt es keine berichte über private reiseveranstalter die gesagt haben die mädchen sind mit uns gereist deswegen gehe ich davon aus dass sie mit dem bekannten busunternehmen dorthin gefahren sind wahrscheinlich kommen sie also gegen 11 uhr am schloss an und zu irgendeinem zeitpunkt machen sie sich auf den weg zur marienbrücke das ist der berühmte aussichtspunkt von dem es die meisten fotos vom schloss neuschwanstein gibt und zu stoßzeiten ist diese brücke voll von menschen man kann kaum noch stehen so sieht es zumindest aus also es ist nicht wirklich platz entweder die beiden waren mitten auf der brücke oder bereits östlich von der brücke auf einem der wanderwege als sie laut polizei vom mutmaßlichen täter angesprochen wurden er soll zu beiden gesagt haben dass er einen tollen anderen ausblick aufs schloss kennt wo weniger leute sind und dann sollen die drei eben zusammen zu diesem aussichtspunkt gegangen sein ich kann mir gut vorstellen dass der mutmaßliche täter da leichtes spiel hatte weil man denkt sich ja nichts dabei du triffst einen landsmann und ihr wollt alle zu einem gleichen aussichtspunkt und du denkst ja noch mensch der ist alleine unterwegs klar gehen wir mit dem zusammen zumal dort unfassbar viele andere touristen unterwegs sind wenn ich mir vorstelle ich bin beispielsweise in mexiko unterwegs in begleitung und treffe einen deutschen landsmann und denke mir mensch klar der ist alleine unterwegs klar kannst du mit uns laufen zumal bei einem touri hotspot wo viele menschen sind da denkt man sich doch nichts dabei auf jeden fall ist es jetzt zwischen 14.30 und 14.40 als die drei gemeinsam den wanderweg zu diesem aussichtspunkt hochgehen in irgendeinem uneinsichtigen stück vom weg greift der täter dann auf einmal die 21 jährige iva an laut polizei soll er sie körperlich bedrängt haben woraufhin ihre freundin kelsey ihr natürlich zur hilfe kommt und einschreitet daraufhin wendet sich der mutmaßliche täter kelsey zu er wirkt sie und stößt sie kurz danach die felswand in die pelacht schlucht hinunter dann wendet er sich wieder iva zu und attackiert sie weiter und stößt auch sie die schlucht hinunter beide fallen 50 meter in die tiefe ob andere passanten die schreie der herabstürzenden frauen gehört haben und daraufhin den notruf gewählt haben steht nirgends geschrieben aber kurze zeit später trifft die polizei und die bergrettung am tatort ein die bergwacht füssen gibt alles um die beiden aus dem schwierigen terrain zu bergen und ihnen das leben zu retten vielen dank an dieser stelle für euren einsatz und großen respekt an alle berufsgruppen die sich tagtäglich um menschenleben bemühen auch unter einsatz ihres eigenen lebens die videoaufnahmen der zeugen die teile der rettung gefilmt haben geben an dass die aufnahmen ab 15 uhr entstanden sind die beiden frauen liegen in der mitte des abhangs und die schwer verletzte iva wird als erstes ins krankenhaus abtransportiert ihre freundin kelsey ist ansprechbar und hat unglaublicherweise nur leichte verletzungen wie kratzer und schürfwunden es wird davon ausgegangen dass ein umgestützter baum sie aufgefangen und ihren aufprall dementsprechend gemildert hat auf dem video hier sieht man wie kelsey auf dem baumstamm sitzt iva wurde zu dem zeitpunkt bereits schon abtransportiert von der perspektive aus von der gefilmt wurde muss sich das ganze in dem bereich hier abgespielt haben vergleich auch die felswand hier in dem kleineren kreis ein bergretter sagt in einem interview dass menschen solche abstürze überleben können weil sie nicht auf einer flachen ebene landen sondern wie skispringer auf einer schrägen ebene und deswegen die überlebenschance viel höher ist und in kelseys fall hat eben auch dieser umgestürzte baum zu ihrem überleben beigetragen auch sie kommt ins krankenhaus in murnau am staffelsee welches sie aber freitag oder spätestens samstag da sind sich die quellen nicht ganz einig verlassen kann aber ihre beste freundin iva erliegt in der nacht zu donnerstag ihren schweren verletzungen der täter kann zunächst vom tatort fliehen wird aber kurze zeit später von der polizei die mit insgesamt 25 polizeistreifen und zwei hubschraubern ausgerückt sind festgenommen ein zeuge aus new york filmt den täter als er von der polizei abgeführt wird der täter trägt jeans ein blaues t-shirt eine base cap und hat ein spitzbart oder ziegenbart ich werde euch das video davon verlinken aber ich möchte den hier nicht zeigen der verdächtige kommt in untersuchungshaft und wird einen tag später am donnerstag den 15 juni dem ermittlungsrichter in kempten vorgeführt dieser erlässt haftbefehl wegen mordes wegen versuchten mordes sowie eines sexualdelikts die ermittlungen laufen was bisher über den täter bekannt ist er ist 30 jahre alt er soll mit vornamen troy heißen und er stammt aus lincoln park nahe detroit im bundesstaat michigan und er hat keine vorstrafen wie in deutschland üblich wird sein nachname nicht genannt was ich jetzt aber nicht weiter schlimm finde denn solche menschen verdienen keine aufmerksamkeit er soll nach jetzigen stand nicht in die usa ausgeliefert werden sondern ihm soll hier in deutschland der prozess gemacht werden er könnte aber zum absitzen der strafe dann in die usa überstellt werden das ist aber alles zukunftsmusik und auf twitter geht schon wieder ab und die leute schreiben dass ihm in den usa der prozess gemacht werden soll weil es dort viel härtere strafen gibt und so weiter und so fort erst hieß es laut unterschiedlicher medien dass der täter am gleichen hotel wie die beiden frauen gewohnt haben soll und dass er auch denselben bus nach hohen schwangau genommen haben soll ihr findet alle meine quellen in der beschreibung unter dem video um das nachzulesen am wochenende jetzt hieß es dann aber dass der tatverdächtige anfang juni mit einem touristen visum in deutschland eingereist ist und das in einem hotel in oberstdorf untergebracht war die überlebende kelsey hat ausgesagt dass weder sie noch eva den tatverdächtigen kannten sondern dass es eine zufallsbegegnung war laut der daily mail ist evas vater mittlerweile in münchen angekommen um seine tochter nach hause zu holen eva hinterlässt eine eineige zwillingsschwester sowie ihre eltern und weitere familienangehörige und freunde mich macht das ganze wütend und fassungslos klar nicht nur mich die schlagzeilen gehen ja nicht umsonst um die ganze welt aber da geht man tag für tag zehn zwölf jahre lang zur schule ist fleißig gibt sein bestes damit man zum studium zugelassen wird beginnt direkt danach sein studium was man erst vor einem monat abgeschlossen hat und was außerdem in den usa aber tausende dollar kostet und dann will man sich noch kurzen traum erfüllen bevor man ins alltägliche berufsleben einsteigt und dann kommt so ein taugen nichts daher und löscht alles aus und vor allem warum für seinen trieb also jetzt kommt wieder mein charakter durch aber ich behaupte jetzt mal dass es weltweit keine einzige frau gibt die während sie wandern joggen oder spazieren ist am tag sich denkt mensch jetzt möchte ich sex mit einem fremden haben was stimmt denn mit den leuten nicht machst dir selbst gehen entsprechende etablissements kauft denn eine gummipuppe männer haben da so viel mehr möglichkeiten als frauen aber dass frauen in ruhe die einfach nur ihr ding machen wollen und überhaupt wie kommt man darauf dass es eine gute idee ist an einer touristenattraktion wo hunderte menschen unterwegs sind jemanden anzugreifen und mit dem sex haben zu wollen und wie soll man das vorhersehen das kann man nicht vorhersehen das ist so ein bisschen wie ich erst gesagt habe wenn ich im ausland wäre unten landsmann treffe bin ich dann auch viel offener wahrscheinlich als ich das hier in deutschland wäre zusammen irgendwo hinzugehen klar nicht wenn ich alleine bin vielleicht doch weil ich habe in einem anderen video erzählt dass ich mich auch diesen pärchen angeschlossen habe im wald ich bin zwar nicht mit denen gelaufen also ich habe abstand gehalten weil die haben eh die ganze zeit geknutscht und ich wollte nicht blöd daneben stehen aber wer vermutet denn sowas gerade wenn viele leute in der nähe sind das ist ja im prinzip das gleiche wie bei chenay und wie bei miriam die ebenfalls an viel besuchten orten unterwegs waren miriam hatte pech dass zu der zeit kaum jemand dort war aber schnee war auch auf dem berg in tieflis wo viele leute unterwegs sind und wie einige unter den video schreiben es passiert ja nicht nur woanders ja weiß ich ich habe nie was anderes behauptet aber wir sind bei bestimmten fällen halt in bestimmten ländern jetzt sind wir in deutschland jetzt ist hier passiert es ist schon an anderen stellen in deutschland passiert siehe der fall caroline g beim joggen deswegen führe ich das in anderen videos ja auch immer mit an aber ich muss nicht immer dazu sagen ich weiß dass es überall passiert es geht halt bei den fällen immer um das land in dem wir gerade sind und ich finde das auch so schlimm für die überlebende kelsey denn sie hat nicht nur mit einem schlag ihre beste freundin verloren sondern sie wird eventuell auch überlebenschuldgefühle entwickeln wie jasmine im fall von rebecca und dann absoluter vertrauensbruch angst vor fremden menschen höhenangst und alles was das noch mit sich bringt dieser mistkerl hat also nicht nur ein leben und deren familie zerstört sondern zwei und zu einem überfluss muss sie in zukunft vielleicht gegen ihn aussagen und ihm gegenüber treten was er noch mal ganz andere ängste hervorrufen oder schüren kann das sind so sachen da will niemand was mit zu tun haben da wirst du auf einmal reingeworfen und muss dadurch ob du willst oder nicht nur weil eine person an einem bestimmten tag nichts anderes im sinn hatte die zeitschrift daily mail hat vor paar tagen ein standbild vom täter von diesem video veröffentlicht und seine leser gefragt ob jemand ihn kennt weil sie halt unbedingt herausfinden wollten wer das ist mittlerweile ist der name ja bekannt und es gibt im internet sogar fotos von seinem wohnhaus mit der hausnummer drauf ich bleibe dabei keine beziehungsweise kaum aufmerksamkeit den tätern sondern vielmehr den opfern und bevor jemand fragt warum ich die namen der opfer veröffentliche und die bilder also erstens wenn man auf englisch castle attack germany eingibt dann findet man sowieso alle bilder und vollen namen und auch die deutschen medien haben mittlerweile die vollen namen und die bilder veröffentlicht viel wichtiger an dieser stelle ist noch dass die bayerische polizei ja immer noch um mithilfe bittet sie sucht nach menschen die am tatag mittwoch den 14 6 zwischen 12 und 15 uhr auf den wanderwegen rund um die marienbrücke unterwegs waren und fotos oder videos gemacht haben sie bitten diese ihr material auf dem medienportal hochzuladen ich verlinke euch die seite direkt unter dem video also nicht erst beim link unter quellen sondern direkt unter dem video falls ihr also an dem tag am 14 6 auf neuschwanstein wart oder jemand kennt der dort war dann schaut eure fotos an eure videos schaut ob jemand im hintergrund aussieht wie die beiden opfer oder der täter so dass die polizei den ganzen tathergang rekonstruieren kann ich bedanke mich bei euch fürs zusehen ich werde versuchen dass das nächste video zeitnah hochgeht aber manchmal muss man bei dem wetter auch einfach in der sonne liegen wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut bis zum nächsten mal